Willkommen zurück zu einer neuen Tempel-Reichen-Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Tempel-Zerstörer, die das letzte Video zerstört haben. Mit einer Bewertung. Doppelfolge ist wie immer am Start. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze weiterhin mit ein wenig Support unterstützen würdet. Nehmt durch die Sekunde, lasst eine Bewertung da, schreibt gerne auch einen Kommentar. Wir haben eine neue Fähigkeit. Endlich! Wir haben diesen Machtschub. Und damit können wir jetzt Dinge, die wir davor natürlich nicht konnten, und zwar uns neue Wege erschließen. Warum kann ich nicht aufhören? Ich kann einfach nicht aufhören. Immer wenn ich Vasen sehe, muss ich reinrollen. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Man muss es tun. Okay, und hier geht es weiter. Und was ist das hier? Das ist ein Grab. Das ist auf jeden Fall eine Grabkammer. Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Rojia-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sefo Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Moment, der ganze Weg wegen einem versteinerten Baum. Ein Flüsse von Kashyyyk. Während der Sefo erkundet, entdeckt Meister Cordova ein, dem weißen Eiltram geweihten Tempel. Diese Entdeckung enthüllt ihm weitere Geheimnisse dieser alten Kultur, einschließlich ihrer Faszination für Kashyyyk, die Heimatwelt der Wukis. Um mehr zu erfahren, reist Cordova nun nach Kashyyyk, um seinen alten Freund, den Wukie-Häuptling Tarful, um Rat zu fragen. Okay. Und diesmal können wir nicht cheaten. Wie kann ich den Energiekern entfernen? Gib mir mal einen Tipp, Bro. Ah. 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 Aha. Okay, das ist aber auch nicht wirklich viel Zeit. Autsch, er trifft mich natürlich noch. Und wieder weg. Und wieder drauf. Okay, so ist er natürlich jetzt nicht so schwer. Wow. Nice. Mega nice. Warum scannen wir den? Ach nein, wir scannen das Grab. Hm. Eilrams Sarkophag. In diesen alten Sepho-Sarkophag ruht die sterbliche Überreste des Wesens Eilram. Letzterer war der erste Sepho, der eine Beziehung zu den Bewohnern von Kashyyyk aufbaute und die Vegetation des Planeten innig liebte. Heute sind seine Überreste für alle Zeit unter den Wurzeln eines Versteinerten begraben. Wie spricht man das aus? Woshir? Woshir. Woshir. Okay. Ich bin nicht gut in Star Wars Namen. Ich bin da einfach nicht gut drin. Ich gebe mein Bestes. Aber wer auch immer auf diese Namen kommt. Autsch. Meditation. Ist dann der andere Dude auch wieder da rein? Theoretisch ja. So, können wir irgendwas Neues machen? Mit unserer neuen Fähigkeit. Aber wir haben immer noch keinen Schub. Äh, ich mein Schub, kein Doppelsprung. Das meinte ich mit Schub. Yes, wir können Neues machen. Ich habe es gewusst. Der Massenschub. Eine Gruppe von Gegnern. Oh, das ist geil, Mann. Im Moment bin ich eher so der, der die Defense braucht. Gott sei Dank habe ich mir das aufgehoben. Was ist das hier drüben? Oh, das ist ja auch richtig gut. Das ist ja auch richtig gut. Okay, wenn wir sprinten, wehren wir jetzt automatisch die Bolzen ab. Das ist nice. Gilt das jetzt nur für Blasterbolzen oder einfach für alles? Das wäre natürlich noch geiler. Hey, Kumpel. Bist du wieder hier? Nee, der hier nicht. Der war anscheinend besonders. Oder allgemein Wächter kommen nicht zurück. Einige Gegner sind ja auch besonders. Wenn die einmal gekillt sind, kommen die auch nicht mehr. Und geh auf den Wächter drauf und mach ihn tot. Haben wir allen Problemen weniger. Ein bisschen nachhelfen. Meinetwegen. Noch mal hier. Drauf. Okay, juck den nicht. Nein. Nein. Das war ein Tritt. Vielleicht mal mit der Doppelklinge drauf gehen. Vielleicht tut ihm das mehr weh. Hey, wenn der dich einmal trifft. Oh, ich habe keine Energie. Ich habe keine Energy. Nix Energy. Hey, Moment. Ich dachte, wenn man die sieht, geht es auch. Aber anscheinend muss er sie aktivieren. Mach noch mal hier deinen Schuss des Todes. Was für ein Tritt. Boy. So. Oh, oh, oh. Die mag er gar nicht. Die mag er aber gar nicht. Die Doppelklinge. Sehr effektiv. Ah. Damit geht hier eine Tür auf. Hm. Moment. Okay. Wir können hier entlang. Kann ich eigentlich auch hier einen Stim nehmen? Alter, BD hat mir den Stim persönlich reingerammt. Lieb. Sehr lieb von ihm. Jetzt bin ich hier oben. Aber da unten waren ja noch mehr Sachen. Eine weitere Kugel. Auch hier in diesem Raum landet. Wir lenken ihn mal in die Bahn rein. Ah, komm. So. Jetzt rollt die hier lang. Ich meine, die Bahn muss ja auch irgendwas bedeuten. Endlich. Endlich. Nehmt ihr mal ein bisschen Schub. Und ist dann hier oben. Okay. Jetzt ist die hier oben. Äh, wartet. Ah. So. Moment. Jetzt brauchen wir noch eine Kugel rein. Theoretisch, oder? Wo bekomme ich denn eine dritte Kugel her? Hier drüben. Nein. Doch, warte, 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 warte. Hier kann man ja Wallrun, sehe ich gerade. Und hier kann man auch was zerstören. Ich habe nicht mal eine Idee, wie ich hier wieder rauskomme. Oh Gott, da schon mal nicht. Das war zu früh. Ab und zu, wenn du ein bisschen zu lange auf dem Sprungknopf bleibst. Ja, genau. Dann macht ihr den hier. Dann springt der schon ab. Okay. Was ist das da hinten denn für ein merkwürdiges Muster? Wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Warte. Was? Halt dich doch fest. Shit. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal gehen. Aber erst probiere ich das hier. Ein Rätsel nach dem anderen. Kann ich das Ding irgendwie los? Losschlagen? Weil wenn ich das hätte... Das ist nur mein Weg hier raus, ne? Ja. Weil wenn ich das irgendwie... Losschlagen könnte, dann hätte ich ja die Kugel. Ah, so geht das. Okay, damit hätten wir Kugel Nummer 3. So, warte, 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 warte. Warte, Kugel Nummer 3, warte. Du musst hier rein. Ah, nicht so weit. Nicht so weit, nicht so weit. Genau, und jetzt hier durch. Komm, gib mir mal ein bisschen Schuh. Jetzt. So, jetzt ist die hier oben. Und hier. Wo bist du, Kugel Nummer 3? Ach, die macht jetzt immer wieder die Runde hier. Okay. Ja, ja, ja. Geh rein. Ich glaube, man... Man sollte nicht hier sein, oder? Obwohl. So, Moment, 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 Moment. Moment. Da komme ich noch niemals ran, oder? Was mein... Es geht. Moment, jetzt bin ich... Ist das der Rückweg? Warte. Aber da komme ich nicht ran. Das ist zu hoch. Scheint der Rückweg zu sein, hier. An diesem Punkt. Dann finden wir jetzt noch raus, was hier drüben ist. Wie komme ich jetzt aber da hin? Gleich. Erst mal das hier. Erst mal das hier lösen. Komm schon, mit Schwung. Na also, geht doch. Oder wahrscheinlich... Nee, hier oben ist Echo. Ich dachte schon, das wäre vielleicht auch ein Teil des Rückwegs. Die Zerstörung erfolgte mit Absicht. Ich spüre noch den Hass, der dabei tobte. Zerstörte Artefakte? War ich das etwa? Die Überreste alter Artefakte, die aus irgendeinem Grund mutwillig zerstört wurden. Heult hier nicht rum. Das habe ich dauernd gemacht. Ich habe doch dauernd irgendwelche Artefakte zerstört, oder? So, schauen wir mal. Ich glaube, hier sehe ich einen Weg nach oben. Ja, da können wir hoch. Wäre ja auch irgendwie komisch, wenn es... ...keinen Weg nach oben gäbe. So. Aber... Warum ist dann hier der Punkt zum Klet... Klettern. Gut gemacht. Gut. Talentiert. Sehr talentiert. Ey. Was ist denn hier? Ja, Mann. Rutscht durch die Gegend. So. Warum... Ich habe es doch geschafft davor. Warum geht es jetzt nicht mehr? Warum kann ich jetzt da nicht mehr anspringen? Ich meine, das sieht auch irgendwie so aus, als könnte man es offiziell nicht, aber... Geht doch. Weg mit dem Zeug. Ist das der offizielle Weg zurück? Wir werden es rausfinden. Weil ich denke, wir sind hier durch. Also... Klar, wahrscheinlich wird es an jeder Ecke noch ein Geheimnis geben. Aber das Schlimmste müsste doch jetzt erledigt sein. Nein. Gehen da. Und tschüss. So. Vielleicht gibt es hier irgendwas, was wir... Was wir noch aktivieren können. Oh. Oh, knapp. Oh. Oh. Und... Hoch. Ich meine, auf dem... Auf dem Weg hierher... Ah, warte mal. Nein. Aber vielleicht so. Autsch. Hier kann man meditieren. Okay, müssen wir jetzt nicht unbedingt. Aber interessant, warum ist hier ein Speicherpunkt? Karte. Ah ja. Hier ist noch eine Tür. Hier ist noch eine Tür. Hier ist noch eine Tür. Wie wäre es, wenn wir... Wie wäre es, wenn wir... Es einfach vergessen, Alter. Hm? Mal nicht kämpfen. Okay, du willst unbedingt kämpfen. Verstehe. What? Die Explosion von diesen Dingern hat den so runtergeschwächt. Heftig. Boom. Das ist auf jeden Fall was Lohnenswertes. Vielleicht bekommen wir mehr Leben. Nein. Drittens. Opfergaben. Überreste eines alten Artefacts, das als Opfergabe für den Wind dient, aus irgendeinem Grund aber willentlich zerstört wurde. Aber jetzt komme ich eh dahin zurück, wo wir waren. Also hier ist kein Ausgang. Der muss dann doch irgendwo anders sein. Das Ganze ist ja hier ein regelrechtes Labyrinth. Nochmal. Danke. Danke. Dann nochmal hier durchquetschen. Naja, aber wenigstens haben wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Macht. Macht oder Teil dafür, dass wir demnächst mehr Macht haben. Karte. Okay. Jetzt sind wir hier wieder bei der Grabkammer. So, wir haben alles mitgenommen. Run, Boy, Run. Run, Boy, Run. Dann muss es ja da oben weitergehen. Wo kann man hier rutschen? Hier drüben? Wow, hier ist hier wirklich noch ein Durchgang. Okay, hier ist noch mehr. Oh Gott. Oh, habe ich mich erschrocken. Und da kommt ein anderer. Ich kann... Ich komme nicht mal auf die Beine. Oh Gott, ihr Drecksviecher. Hey, das Spiel hat ab und zu so unfaire Passagen. So. Mach auf den Laden. Okay, hier ist Wind. Warte. Ähm. Was haben wir hier? Echo. Fremdartiges Flüster. Nicht nur der Wind zieht durch die Glocken. Stimmen. Und früher? Alles klar. Und hier nochmal flüstern. Fünftens. Ein Windspiel, das von den Seppo zurückgelassen wurde, die das Grab errichtet hat. Warte, 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 warte. Okay. Und noch ein Echo. Maximale Macht erhöht. Yes, geht doch. Meditationsrelikt. Erstens, Sefo Meditationsrelikt dient bei alten Ritualen der Ausbildung von Machtnutzern. Der Wind hat aufgehört. Okay, hier sind wir durch. Moment. Ach ja, wir brauchen das ja nicht mehr. Weil wir ja direkt hier weitermachen können. Äh, okay. Was war das? Mein Spiel ist abgeschmiert. Ein riesiges Windspiel. Weiser Eilram. Mein Freund, dieses Grab ist überaus faszinierend. Es dient einst zur Prüfung. Machtbegabter Sefo Weiser ist jetzt aber eine Gedenkstätte zu ihren Ehren. Doch die größte Ehre wird hier der Macht selbst zuteil, dem Lebenswind, wie sie ihn nannten. Ein wunderschöner Anblick. So, jetzt gib mir nochmal die Karte. Genau das wollte ich. Irgendwas ist hier drüben noch. Ha. Moment, wie kommt man da hin? Nein, Karte? Hier. Hier oben. So. Und so. Jetzt bin ich hier. Dann der Sprung, den man immer versaut oder ich immer versauere. Nein, ich... Mal hier drauf gucken. Scheint hier zu sein. Kann man hier echt nicht ran? Doch, es geht. Es geht. Das ist der Aufzug. Ah. Endlich. Moment, jetzt... Das Ding hier. Roll, 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 roll. Und jetzt können wir endlich hier raus, oder? Können wir. Können wir auch jederzeit wieder zurück? Ich hoffe doch. Was hast du gefunden? Die Seppos sind nach Kashyyyk. Cordova hat den Namen Tafoul erwähnt. Ein Wookie-Häuptling. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashyyyk. Das Hindernis ist der Weg. Das Grab von Eilram. Im Auge eines gewaltigen Sturms fand Cal und BD-1 das Grab von Eilram. Im Inneren sah Cal eine Vision seines einstigen Meisters, die ihm half, seine Fähigkeit, Objekte mit der Macht zu bewegen, wiederzufinden. Beim Verlassen des Grabs fand Cal und BD ein weiteres Holo von Cordova, das nach Kashyyyk führte. Lang, Mann. Echt ein langer Weg. Aber jetzt kann ich den hier. Vabams! Vabams! Und ich habe ein bisschen mehr Macht, was auch ziemlich gut ist. Also war es nicht schlecht, nochmal den Tempel zu untersuchen und seine Geheimnisse zu lüften. Und ich wette, da hatten wir jetzt vielleicht 30 Prozent. Und wir können meditieren. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Danke für den ganzen Support und fürs Zusehen. Und Tschüss!